Klaus Mann, Mephisto So war die Beziehung zwischen Hendrik Höfgen und Juliette Martens entstanden. Das dunkle Mädchen war die Lehrerin, also die Herren. Vor ihr stand der bleiche Mann als der Schüler. Als der gehorchende, sich erniedrigende, der die häufige Strafe mit der gleichen Demut empfängt, wie das seltene karge Lob. »Blicke mich an«, verlangte Prinzessin Tebab und rollte schrecklich die Augen, während die seinen, zugleich begehrend und furchtsam, an ihrer gebieterischen Miene hingen. »Wie schön du heute bist«, brachte er schließlich hervor, wobei ihm die Lippen nur mühsam zu gehorchen schienen. Sie fuhr ihn an. »Lass den Unsinn, ich bin nicht schöner als sonst.« Dabei strich sie sich aber doch eitel über den Busen und zupfte ihr enges, plissiertes Röckchen zurecht, das kurz oberhalb der Knie endete. Vom schwarzen Seidenstrumpf war nur ein knappes Stück sichtbar, denn die grünen Schaftstiefel aus geschmeidigem Lackleder reichten bis über die Wagen. Zu den schönen Stiefeln und dem kurzen Rock trug die Prinzessin ein graues Pelzjäckchen, dessen Kragen im Nacken hochgeschlagen war. An den dunklen, senigen Handgelenken klirrten breite Armbänder aus gemeinem Goldblech. Das eleganteste Stück ihrer Ausstattung war die Reitpeitsche, ein Geschenk Hendricks. Sie war leuchtend rot, aus geflochtenem Leder. Juliette klopfte mit ihr in einem kurzen, harten und drohenden Rhythmus gegen die grünen Schaftstiefel. »Du bist wieder eine Viertelstunde zu spät,« sagte sie nach einer langen Pause, die niedrige und zu zwei kleinen Buckeln gewölbte Stirne in böse Falten gelegt. »Wie oft soll ich dich noch warnen, mein Süßer?«, fragte sie tückisch leise, um dann in unvermitteltem Zorne loszubrechen. »Es ist genug! Ich habe es satt! Gib mir deine Pfoten!« Hendrik hob langsam die beiden Hände, deren Innenflächen er nach oben wandte. Dabei ließ er seine hypnotisierten, aufgerissenen Augen nicht von der ergrimmten, schauerlichen Fratze der Geliebten. Sie zählte mit einer grellen, plärrenden Stimme. »Eins, zwei, drei!«, während sie zuhieb. Das Geflecht der eleganten Peitsche pfiff grausam quer über seine Handflächen, auf denen sofort dicke, rote Striemen entstanden. Der Schmerz, den er empfand, war so heftig, dass er ihm das Wasser in die Augen trieb. Er verzog den Mund. Beim ersten Schlag schrie er leise. Dann beherrschte er sich und stand mit einem starren, weißen Gesicht. »Für den Anfang hast du genug!«, sagte sie und zeigte plötzlich ein müdes Lächeln, welches durchaus gegen die Spielregeln ging. Es hatte nichts fratzenhaft Grausames, sondern enthielt gutmütigen Spott und ein wenig Mitleid. Sie ließ die Peitsche sinken, wandte den Kopf und stand, das Gesicht im Profil, in einer schönen, traurigen Haltung. »Zieh dich um!«, sagte sie leise. »Wir wollen arbeiten!« Es gab keinen Paravent, hinter dem er hätte verschwinden können, als er die Kleidung wechselte. Unter halb gesenkten Lidern, mit einem übrigens völlig uninteressierten Blick, beobachtete Juliette jede seiner Bewegungen. Er musste alles ablegen und ihr seinen hellen, schon etwas zu fetten, rötlich behaarten Körper zeigen, ehe er in den ärmellosen, blau- und weiß gestreiften Sweater und in das schwarze Turnhöschen schlüpfte. Schließlich stand er vor ihr in der unwürdigen Tracht, die er seinen Trainingsanzug nannte. In der kindischen und ridikülen Aufmachung, bestehend aus schwarzen ausgeschnittenen Halbschuhen mit weißen Söckchen, die oberhalb der Knöchel kokett umgerollt waren, aus dem kurzen Höschen von glänzend schwarzem Satin, wie die kleinen Buben müssen der Turnstunde tragen, und dem gestreiften Hemd, das Hals und Arme entblößt ließ. Sie musterte ihn, kritisch und kalt. »Du bist seit voriger Woche noch etwas dicker geworden, mein Süßer,« konstatierte sie, wobei sie mit der Peitsche höhnisch gegen ihre grünen Stiefel klopfte. »Entschuldige,« bat er leise. Sein weißes Gesicht mit der strengen Linie des Kinns, den empfindlichen Schläfen und den schön geschnittenen, klagenden Augen behielt seinen ganzen Ernst und eine fast tragische Würde über dem grotesk hergerichteten Körper. Die Schwarze machte sich am Grammophon zu schaffen. In die Jazzmusik hinein, deren rhythmischer Lärm plötzlich einsetzte, sagte sie rau, »Fang schon an!« Dabei fletschte sie die beiden Reihen ihrer gar zu weißen Zähne und bewegte grimmig die Augen. Dies genau war das Minenspiel, das er jetzt von ihr erwartete und verlangte. Ihr Gesicht stand vor ihm wie die schreckliche Maske eines fremden Gottes. Dieser thront mitten im Urwald, an verborgener Stelle, und was er fordert mit seinem Zähneblecken und Augenrollen, das sind Menschenopfer. Man bringt sie ihm, zu seinen Füßen spritzt Blut, er schnuppert mit der eingedrückten Nase den süß vertrauten Geruch und er wiegt ein wenig den majestätischen Oberkörper nach dem Rhythmus des wild bewegten Tamtams. Um ihn vollführen seine Untertanen den verzückten Freudentanz. Sie schleudern die Arme und Beine, sie hüpfen, schaukeln sich, taumeln. Aus ihrem Gebrüll wird Wonne gestöhn, aus dem Gestöhn wird ein Keuchen und schon sinken sie hin, lassen sich fallen vor den Füßen des schwarzen Gottes, den sie lieben, den sie ganz bewundern. Wie Menschen nur den lieben und ganz bewundern können, dem sie das Kostbarste geopfert haben, Blut. Hendrik hatte langsam zu tanzen begonnen. Aber wohin war die triumphale Leichtigkeit, die von Publikum und Kollegen an ihm bewundert wurde? Sie war verschwunden. Nur unter Qualen schien er jetzt die Füße zu setzen, freilich unter Qualen, die auch Wonnen waren. Dies verrieten das selbstvergessene Lächeln der fahlen, aufeinandergepressten Lippen und der benommene Blick. Juliette ihrerseits dachte nicht daran zu tanzen. Sie ließ den Schüler sich alleine plagen. Nur durch Händeklatschen, raue Schreie und rhythmisches Schaukeln des Leibes feuerte sie ihn an. Schneller, schneller, forderte sie wütend. Was hast du denn in den Knochen? Und du willst ein Mann sein? Du willst ein Schauspieler sein und dich auch noch für Geld sehen lassen? Da, du komisches Stückchen Elend! Die Peitsche fuhr ihm über die Waden und über die Arme. Diesmal traten ihm keine Tränen in die Augen, welche trocken und glühend blieben. Nur seine zusammengepressten Lippen zitterten. Prinzessin Tebab schlug noch einmal zu. Er arbeitete ohne jede Unterbrechung eine halbe Stunde lang, als handelte es sich um ein ernsthaftes Training, anstatt um eine etwas schauerliche Lustbarkeit. Schließlich keuchte er heftig. Er taumelte. Sein Gesicht war schweißbedeckt. Mühsam brachte er hervor. »Mir ist schwindelig. Darf ich aufhören?« Sie erwiderte mit einem Blick auf die Uhr, kurz und sachlich, »Mindestens noch eine Viertelstunde musst du springen.« Da die Musik wieder plärrte und Juliette wieder frenetisch in die Hände klatschte, versuchte er noch einmal den komplizierten Step. Aber die gequälten Füße in ihren koketten Halbschuhen und Söckchen verweigerten ihm den Dienst. Hendrik schwankte eine Sekunde lang, stand dann still, wischte sich mit der zitternden Hand den Schweiß von der Stirne. »Was machst du für Scherze?« Grollte sie. »Du hörst auf, ohne meine Erlaubnis. Das wär ja das Allerneueste und noch das Schönere.« Sie zielte mit der roten Peitsche nach seinem Gesicht. Er duckte sich noch rechtzeitig, um diesem fürchterlichen Schlage zu entgehen. Abends ins Theater kommen mit einer blutigen Strieme von der Stirn bis zum Kinn, das wäre denn doch etwas zu viel gewesen. Trotz der benommenen Stimmung, in der er sich befand, blieb ihm klar, dass er sich dergleichen keinesfalls leisten durfte. »Lass das«, sagte er kurz. Während er sich schon von ihr abwendete, fügte er noch hinzu, »genug für heute.« Sie verstand, dass dies kein Spaß mehr war. Ohne etwas zu antworten, mit einem erleichterten kleinen Seufzer, schaute sie ihm zu, wie er in seinen üppig gefütterten, rotseidenen, übrigens an mehreren Stellen zerrissenen Schlafrock schlüpfte und sich auf dem Ruhebett niederließ. Das Sofa, welches man für die Nacht als Bett herrichten konnte, war tagsüber bedeckt mit Tüchern und bunten Kissen. Neben dem Kanapé stand die Lampe auf dem runden, niedrigen Rauchtisch. »Mache das grelle Licht aus«, bat Hendrik mit der singenden, wehleidig-melodischen Stimme, »und komme zu mir, Juliette.« Durch das rosige Halbdunkel schritt sie auf ihn zu. Als sie neben ihm stehen blieb, seufzte er leise. »Wie gut!« »Hattest du Spaß gemacht?«, fragte sie ziemlich trocken. Sie hatte sich eine Zigarette angezündet und reichte auch ihm Feuer. Er benutzte zum Rauchen die lange, ordinäre Zigarettenspitze, das Geschenk der Rahel-Mohrenwitz. »Ich bin völlig erledigt«, sagte er. Daraufhin verzog sie ihren gewaltigen Mund zu einem gutmütigen und verständnisvollen Lächeln. »Das ist recht«, sagte sie, wobei sie sich über ihm beugte. Er hatte seine breiten, bleichen, rötlich behaarten Hände auf ihre edlen, von schwarzer Seide über glänzten Knie gelegt. Träumerisch sprach er, »wie hässlich meine gemeinen Hände auf deinen herrlichen Beinen aussehen, geliebte.« »Und hier ist alles hässlich, mein Schweinchen.« »Kopf, Füße, Hände und alles«, versicherte sie ihm mit einer knurrenden Zärtlichkeit. Sie ließ sich neben ihn hingleiten. Das graue Pelzjäckchen hatte sie abgelegt, darunter trug sie eine knappe, hemdartige Bluse aus einem stark glänzenden, rot- und schwarz karierten Seidenstoff. »Ich werde dich immer lieben«, sagte er erschöpft, »du bist stark, du bist rein.« Dabei schaute er unter gesenkten Lidern auf ihre harten und spitzen Brüste, die sich unter dem eng anliegenden dünnen Gewebe deutlich abhoben. »Ach, das sagst du nur so«, meinte sie ernst und ein wenig verächtlich, »das bildest du dir nur ein. Manche Leute haben das, dass sie sich immer so was einbilden müssen. Sonst fühlen sie sich nicht wohl.« Er tastete mit seinen Fingern nach ihren hohen und geschmeidigen Stiefeln. »Aber ich weiß doch, dass ich dich immer lieben werde«, flüsterte er nun mit geschlossenen Augen. »Nie wieder finde ich eine Frau wie dich. Du bist die Frau meines Lebens, Prinzessin Thebab.« Sie wiegte misstrauisch ihr dunkles, ernstes Gesicht über seinem weißen Ermüdeten. »Und dabei darf ich nicht einmal ins Theater gehen, wenn du spielst«, sagte sie unzufrieden. Er hauchte. »Trotzdem spiele ich nur für dich, nur für dich, meine Juliette. Ich hole bei dir meine Kraft.« »Aber ich lasse mir es nicht verbieten«, sagte sie trotzig. »Ich gehe ins Theater, ob du es mir erlaubst oder nicht. Nächstes einmal sitze ich im Parkett und dann lache ich laut, wenn du auf die Bühne kommst, meine Affe.« Er sagte hastig. »Mach keine Witze.« Dabei hatte er erschreckt die Augen geöffnet und sich halb aufgerichtet. Der Anblick seiner schwarzen Venus schien ihn wieder zu beruhigen. Er lächelte und nun begann er sogar zu rezitieren. »Viens-tu du ciel profond ou sortes-tu de l'abîme, ô beauté?« »Kommst du aus dem tiefen Himmel oder kommst du aus dem Abgrund, ô Schönheit?« »Was ist denn das für ein Quatsch?«, fragte sie ungeduldig. »Das ist aus diesem herrlichen Buch da«, erklärte er ihr und deutete auf eine gelbbroschürte französische Edition, die neben der Lampe auf dem Rauchtisch lag. Es waren »Les Fleurs du Mal«, die bösen Blumen von Baudelaire. »Das verstehe ich nicht«, sagte Juliette verdrossen. Er aber ließ sich nicht stören in seiner Ekstase, sondern fuhr fort. »Tu marches sur des morts, beauté, dont tu te manques. De tes Bijoux, l'horreur n'est pas le moins charmant. Et le mordre parmi tes plus chers Brélocs, sur ton ventre orgueilleux, danse amoureusement. Du trittst auf tote Schönheit, über die du spottest. Von deinen Juwelen ist der Horror nicht der geringste Reiz. »Und Mord unter deinen liebsten Reizen, tanze liebevoll auf deinem stolzen Bauch.« »Wem magst du nur so blöd lügen«, sagte sie und berührte mit ihrem dunklen und schlanken Finger seinen redenden Mund. Er aber sprach weiter, immer mit demselben melancholisch singenden Ton. »Du erzählst mir nie davon, wie du früher gelebt hast, Prinzessin Tebab, ich meine in deinem Erdteil.« »Ich kann mich an nichts mehr erinnern«, sagte sie kurz. Dann küßte sie ihn, vielleicht nur, um ihn daran zu hindern, noch länger indiskrete und poetische Fragen zu stellen. Ihr weit geöffneter, tierischer Mund mit den dunklen, rissigen Lippen und der blutroten Zunge näherte sich langsam seinem gierigen, fahlen Mund. So wie sie ihr Gesicht wieder von dem Seinen erhoben hatte, redete er weiter. »Ich weiß nicht, ob du mich vorhin verstanden hast, als ich sagte, dass ich nur für dich und nur durch dich spiele.« Während er so weich und träumerisch sprach, führte sie ihre geübten Finger durch sein schütteres Seidenhaar, auf dessen Fahlheit die Lampe ein wenig Goldglanz zauberte. Sie behandelte sein feines Haar auf eine nicht eigentlich zärtliche, sondern auf eine ernste und sachliche Art, als wollte sie es frisieren. »Ich habe es ganz wörtlich gemeint«, fuhr er fort, »wenn ich den Leuten ein bisschen gefalle, wenn ich Erfolg habe, dir verdanke ich ihnen. Dich zu sehen, dich zu berühren, Prinzessin Thebab, das ist wie eine Wunderkur für mich, etwas Herrliches, eine Erfrischung ganz ohne Gleichen.« »Ach, wenn du nur immer schwätzen und lügen kannst«, sagte sie mütterlich, »du bist doch der drolligste kleine Dreckhaufen, dem ich jemals begegnet bin.« Sie hatte, um ihn nur zum Schweigen zu bringen, ihre beiden Hände auf sein Gesicht gelegt. Die breiten Armbänder klirrten an seinem Kinn, auf seinen Wangen ruhten die hellen Innenflächen ihrer Hände. Da endlich verstummte er. Er rückte seinen Kopf auf dem Kissen zurecht, als wollte er einschlafen. Gleichzeitig schlang er mit einer hilfesuchenden Gebärde seine beiden Arme um das schwarze Mädchen. Während sie ganz still in seiner Umarmung hielt, ließ sie die Hände auf seinem Gesicht liegen, als müsste sie ihn davor bewahren, das zärtlich-höhnische Lächeln zu sehen, mit dem sie jetzt auf ihn niederblickte. Untertitelung des ZDF, 2020